Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eine Speicherkarte in euer Samsung Galaxy A52 einlegen könnt. Und dafür braucht ihr natürlich zuerst einmal eine MicroSD Karte. Die sieht so winzig klein aus wie meine hier. Meine ist schon sehr alt, deswegen hat die nur super wenig Speicherplatz, aber das spielt vom Prinzip keine Rolle. Die habe ich jetzt hier auf jeden Fall schon parat gelegt. Und was ihr natürlich aber auch braucht, ist ein SIM Card Ejector, um das entsprechende Fach zu öffnen. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier beim A52 einmal anschauen, müssen wir natürlich erstmal wieder den Einschub finden für die SIM Karte und eben auch die SD Karte. Und das sehen wir, befindet sich hier beim Galaxy A52 einmal hier oben. Und dann nehme ich direkt den SIM Card Ejector und drücke dort einmal rein und kann den Einschub dann einmal herausnehmen. Und wenn wir uns den Einschub jetzt nochmal angucken, dann sehen wir eben hier für die SIM Karte und hier nebenbei für die MicroSD Karte. Die will ich jetzt ja in diesem Fall einmal einlegen. Und wenn ihr die SD Karte dann eingelegt habt, dann kann der Einschub einfach wieder vorsichtig eingeschoben werden. Und wir können unser Galaxy A52 dann wieder entsperren und sehen jetzt hier einmal sogar unter unseren Benachrichtigungen, dass wir eine SD Karte eingesetzt haben. Genau, und es gibt noch einen Weg, wie ihr das überprüfen könnt. Und zwar geht ihr einfach auf Einstellung und müsst dann eine ganze Ecke runter scrollen, bis ihr zu dem Punkt Akku und Gerätewartung kommt. Und hier könnt ihr dann den Punkt Speicher auswählen und dann taucht hier zwar zunächst nur der interne Speicher auf, wenn ihr dann aber einmal zur Seite swipet, dann seht ihr hier eure SD Karte, die wir gerade eingelegt haben und seht dann gegebenenfalls, bei uns ist jetzt hier noch nichts drauf gespeichert, aber seht dann genau, was wie viel Speicherplatz auf eurer SD Karte einnimmt. So könnt ihr das Ganze jederzeit überprüfen und problemlos eine SD Karte in euer Galaxy A52 einlegen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, schreibt es gerne in die Kommentare und abonniert den Kanal, damit ihr immer mit dabei seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Tschüss!